ein wunderschönen guten morgen aus hamburg wir sind aktuell oder es ist freitag der 26. februar und ihr durch uns live aus dem trading raum wir bereiten uns auf unseren morgendlichen dax trade vor und wir sind sehr dicht bei der big number und das heißt das wird die erste box sein die erste falle 13.707 würden wir long in bei 13.692 würden wir schon gehen oder ist jetzt auch scharf geschalten und wir blicken wie jeden morgen erst mal auf die blue boxen die blauen boxen was ist da für boxen gestern gab 18,5 direkt oben eingelaufen 33 35 37 25 30 26er ist im zweiten anlauf in den break-even oder den zweiten anlauf nach unten gelaufen würde man jetzt eine 15 box hier nehmen so dann wäre auch da der break der ausbruch sehr schön vonstatten gegangen also das läuft die blue boxen laufen sehr sehr rund wir sind aktuell long im ersten trade bleiben direkt jetzt mal kurz vielleicht zitter kurz an erster trade und unsere blaue linie zeichnet uns unser gewinn ziel an auf der linken seite dann die vola boxen ob es macht noch mal einen schritt also 12 und wir sind raus aus dem trade das war ein sehr früher und schneller trade ein eröffnungs trade für unser video tagebuch wir steuern ja in richtung 900 tage jetzt markteröffnung also das ist schon eine lange reise jetzt aktuell also der trade ist in den gewinn gelaufen ja liebe youtuber ich wünsche euch ein schönes wochenende wir machen im live trading raum jetzt weiter und wenn ihr lust habt hören wir uns montag wieder